Ja Leute, was geht denn? Es geht weiter mit Let's Play Ruby Grimmer Clubs mit der letzten Kapitel, die Abflustprüfung Kapitel 10. Nicht gut. Äh! Nein, nein, nein! Oh Gott! Nicht treffen! Oh Gott, was ist das denn hier für den Anfang? Gut, wenn ich im letzten Kapitel bin ich ja in die Geheimbasis sozusagen eingedrungen und haben... Ja. Ich beenden es jetzt hier mit Dr. Below, obwohl wenn er überlebt, gucken. Bei Ruby wissen wir ja, dass es auch mal überraschend Ende geben kann. weiß ich ob ob sie dann irgendwie auch noch mal an ein neues spiel gedacht haben oder gleich ne vielleicht auch mal sowas machen wie das man damals mit avatar gemacht hat und so dass ich eine serie nachspielen kann das sind auch kalt was kaufen es war nicht mehr lektes aber wenn sie folgen oder nach von der fertigstellung weil jetzt ist kauf ich nicht aus prinzipien ich habe einen fertigen spülen wenn man sie dann kaufen dann doch nicht spült mal wartet sie fertig sind schnell im müll rausbringen ja du tüte die tüte die tüte die tüte die du und nicht nicht gewonnen net net netes örtchen net ich groß und oder mit ihr die in trinke hausse destroy everything you see that may be vital wir sind in hier fröhlich wir haben schuldigung also ihr könnt mir die aufhalt mit mgs man echten scheiß job würde ich sagen er geht nur hinweg aber so aber auch das ist der erste schon mal weg das ist schon mal richtig und nicht mit dem ich gleich kümmern mit der verpiste ich jetzt auf das ist doch mal auf ah ja sehr gut danke ja weg und jetzt bist du dann besser das ist doch fast aber du hast ja nichts auf Besser. Oh, 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 du russst du mir etwa? Uh, das ist immer gut. Ja, ich hab dir bei jedemworken. oo eh. Oh, oh, uh, das ist aber voll. Uhh. Nicht so, nicht so schlimme Sachen, Mensch, Herr. menschens kinder dann gefallen wie jeng einfach sich freut so hauptsache alles kaputt machen aber gut ich bin auch auf das kaputt machen und dann jetzt ist eklig wieder reintreten einmal zweimal wo ich vergesse war schon mal ab ich weiß ich habe mich nicht ablenken lassen aber ist mir jetzt aber sagen dass die löcher ich liebse antun darf bei euch aber gut es sind zum glück noch keine gegner positionskette wird jetzt eingesperrt jetzt ihr dürfte wohl drauf treten das ist ein pisser wir können ihn haben du musst du sagen mit den granaten ankommen ich möchte dich ja darauf stellen in den mussten nicht soja das ist gut dass du hier danke dass wir gerade sehr geholfen du hast mir gerade so ein wasser viel geholfen mit ein paar schlägen oh gott Ich muss sagen, dass du das wirklich gut gestorben hast. Die Team zurück in Beacon ist für dich gestorben. Mein einzig Erschmerz ist nicht zu bringen Zwei. Er hätte heute ein Blast gehabt. Willkommen zum Testgebiet, Studenten. Warum geht's nicht mit meinen Test-Sumdiensten? Sie können die Übungen benutzen. Wieso will ich eigentlich eher mit dem mit der einen Taste da ausweichen? Ich hab ein bisschen... Wollen wir das in Testobjekt, oder? Ja, ja. Okay. Du bist einfach nur... Aber jetzt nicht doof anstellen, das ist alles. Ihr schießt schon echt scheiße in einem MG. Das gibt mir ja mal ein MG, Alter. Ich mach mal... Blatt mit dem Ding. Look down below. Jetzt sind wir so eine ganz coole... Insequenz, die da vielleicht kommt. Oh, Alter. Ich hab mit eurem... Rumgehopse jedes Mal, ey. Blöden Mistdinger. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt... Mein Kumpel ist weg. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, er hat mir Gerim in die Fresse. Sau interessant. Hab' ich auch nie gehabt. Ah, und den hab' ich auch noch. Es war drin. Ah! Ah! Ja, ja. Ist ja mal gut. Oh, wirklich. Oh, ja. Das kann doch nicht sein. Ich komm' nicht zum Schaden machen. hospitality事istцевter und vielleicht ein wenig Platz können. Ich dachte, das ist mein Kumpel zu Werezerraben aussemame heute. Oh, mein Gott, Import người covert! komm na gut wenn es sein muss wenn ihr mir aufs maul wollt hallo denkt ihr echt das hält mich auf in einer kleinen kack armee ich habe es auch fällt kommt kaum noch damit zurecht herr doktor mello nein da ist eigentlich viel gedrückt dabei soll na es gibt es gibt es noch okay aber es wird mal das gleiche von latz oder was moment mal kann es eher der letzte ist wird 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 es jetzt zu das gleiche noch mal wenn ich jetzt ein bisschen mehr vielfalt zugetraute herr doktor was doch nicht die dinger erliegt am finden der serie aber die sind grausam ja was bist du gut ein bisschen angst gerade es frisst auch wenig energie schläge beeindrucken ja voll merker ist so weitermachen ist ja fertig mutend death talk alter was da wow okay okay so we get on over them get moment my latest is the shunt ja fast da ist okay dann ein schwanz ist der schwachpunkt das andere ist er so ein bisschen das geht also naja gut ist zwar der schwachpunkt aber jetzt macht uns für mich für den bang die auch noch er hat ihn noch ganz dicht das wird jetzt hat leute ich finde ich was sind verpisslich war ich schon ernst gemeint das war jetzt richtig dumm aber warte ich könnte mir nur holte ich mir bei dir aufladen ok du endlich von den dingern hat mir gerade noch gefehlt aber wenn schon sehr gut dabei okay ich hab da mal durchgeschlagen dann soll dank wir schaffen das ich weiß gar nicht davon hat ich glaube schon jetzt bin ich um nein was ist denn rechts immer mit dir mein ultima nicht wieder aufladen ich kann ja am besten bei euch weil ich ja mal sterben kann ja genau ist das hier roten er hat die effektive taktik gegen dich nicht zu kämpfen ja ja ist ja gut da kommt er mit seiner scheiße an das ultima ultima da hey und warte mensch er friss und stirb AAAAAAAA Nein! Ja! Eck da! Scheiße! Okay Ich hab... Ich hab... Fuck, Alter, oh fuck Ich bin auch nicht... ich bin auch nicht gut im Bosskämpfer, ne? Das ist eigentlich auch meine größte Schwächen im Videospielen Jetzt sind die Bosskämpfer Oh Gott Also ganz ehrlich, in der Serie sind ja schon bedrohlich aus, ne? Wenn man gegen den selber kämpfen muss, dann ist ja doch mal Ein bisschen... Bedrohlicher Hat das denn für einen Trick? Nein! LOL! Jetzt noch mit verarschen Stop! AAAAAAAA Wir regenerieren doch nicht die! Hör ich ernst meinen! Also klar, er das machen sollt, aber... Aber trotzdem Ja, danke! Ich bin von allen Seiten jetzt bekloppt, oder was? Danke! Oh ja, das hab ich gebraucht Ja, danke, du hast dich... Ey, da du siehst... Hallo! Ja, wow! Ich hab mich auch nicht mehr getroffen, danke! Oh ja! Na, dass was ich brauche... Alter, aufs Maul! Ich hab's so dringend, Alter! Das ist nicht, weil ich mich zu ringender brauche als ein paar aufs Maul! Oh ja! Oh ja! Oh, äh... Meine... Super-Attacke ist ja aufgeladen! Aber mit denen kann man glaube ich werde die Attacke aufladen, kann das sein! Die stellen sich... Okay! Jetzt! Und! Noch mal rein! Aber jetzt gehen wir hin! Lass ihn kommen! Na, okay, das noch nicht! Nehmen wir das! Hallo! Hallo! Ah! Ah! Wo sind wir jetzt? Jetzt glaub du nicht! Ich bin ja auch noch da! Leider! Ja, hallo! Ah! 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 Ich hab' ein grösser BB herausgebracht! Ah! 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 Ah, je raze το%! Ja! burns! Ja, ja! Mahl! Was?! Was?! Das ist ja genau! Okay! Danke! Danke! Hallo! D vielen própria! jetzt erwähnt sich in die ausmauern ja ist ja auch die hallo ich habe jetzt schon gedrückt hundert jahren super checker da ja ja ist ja gut danke dreimal ja muss nicht verfolgen du stalker hallo 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 so nicht so aber oh mein gott hallo hallo ja wie soll ich hier alle besiegen ist heute noch ganz dicht auf gott und auf gott wie soll ich das sind alles noch besiegen ohne witz kommen leute ist bisschen ja genau da ist ja eine granate und dann macht der ein das und dann macht dies und dann wird tot egal und der roboter auch nicht ab ja bitte hallo wald jetzt einmal getroffen dass sie loswerden ja toll ich kann sie nicht loswerden so ich bin ja blöde roboter da ist ah nee ah was soll denn das da war ich bin einmal getroffen ok da ist auch der wir müssen jetzt gebracht die roboter weil ich regenerieren können hallo ist doch mal gut jetzt ja 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 hallo hallo ich komme voran ja und das ding auch haben wir gehen da ich hab mal wie dann mache ich das gern jetzt ist ein bisschen lächerlich kommen leute ich kann zweimal schlagen muss nicht zu viel ich habe einfach auf gott natürlich der hat doch ein krümel energie ok danke der verstand ein spiel das heißt sagen wir sind nicht gewinnen lassen ok ja 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 überall jetzt auf gott so kann ich das was ich ein bisschen mehr abkann inzwischen auch so hallo 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 da sind wir doch mal treffen einmal das kann doch nicht sein dass sie mich so ablocken können hallo ja ich komme nicht voran weil der da ist der dort vergessen jetzt jetzt komme ich natürlich nicht voran weil nämlich weil sie nicht trifft weil ich zu weit weg bin ich komme nicht voran egal was ich tue hallo ja ja ob ich noch gar alle weiter hallo ja vielleicht ein bisschen vorankommt na gut er ist überhaupt nicht übertrieben nein wohnung der steuerung hallo dann ich ja sollte die gräber oder ich die roboter die juli es hat ja kommen hallo was bitte bitte was bitte was bitte wenn ich alles normal machen also wenn ich jetzt gerade prügel aber den kampf bestimmt na es ist nicht euer ernst ich habe es nicht gesehen dass ich keine energie mehr hatte danke spiel auf jeden fall danke ach so pause funktion gibt es ja auch nicht das ist geil ja mein bisschen ach du scheiße aber ich bin ja ich bin ich bin ich bin Ich werde ihn lieben, wenn er wütend ist. Er hat mich nicht verletzt. Er wird sicher sein, dass er deinen Schmerzen wird. Wenn ich meine Schmerzen werde. Es werden die Schmerzen schmerzen. Die Schmerzen werden dich schmerzen. Ja, aber ich will mal weiter. Ja, ja, ist okay. Boah, Alter, jetzt mach mal hin. Danke, ne Granate noch hin. Ja, ja, jetzt, jetzt natürlich hast du... ...geblockt, danke. Oh, Alter, halt doch mal dein Maul. Wenn du hier schon mal auf den Kicks gehst, ey. Und du wirst den nervst. Hau deinen Stachel da rein, Alter. Halt, ja! Klar, du haust den Stachel vor. Nur die damit noch wenigen Schaden machen wollen, ist aber nee, natürlich nicht. Oh ja, er steht genau davor. Danke. Wird nicht... Was soll? Ja! Okay, ich wurde irgendwie getötet. Hm? Boah, Alter, ist das ein Kampf. Was hast du getötet? Oh. Stinkst du ein bisschen, doesn't it? wie ist es denn gerade er will jetzt die gleiche zu schütteln mit dem verraten oder auch aber das ist eben pech oder was wow ist die da kann mich jetzt mit einem schlacht töten ist überhaupt nicht jetzt gott was ist denn das jetzt ich habe das ein bisschen das ding macht so um was er für die fest ja der macht mich schon so beim ersten eingriff ja der ersten eingriffen so fertig dass ich dann nach einem sterbe muss doch unfassbar als aufpassen was macht er jetzt wirklich wirklich also in einem schlag kann ja ich finde man natürlich ganz toll wenn du mit mit dagen alter die man ja es zu dir hat immer dahin hauen kannst du immer vor dem stachel ist echt scheiße ja danke ist ein easy mod für den ja ja da war da war gar nicht übel müssen sie gar nicht mehr kümmern weil das war voll vollkommen einfach auf den da drauf weiter vollkommen dumm das maul und das war sehr schlecht ja gut das war beide dann hallo 3 also drei mit ihm er ist in ordnung aber die macht er von der ultimale zeit am nächsten mal liegt aus maul der nächste zug gibt aus maul aber ich darf mal ultima jetzt aufgeben das lohnt sich überhaupt nicht dafür macht immer ein bisschen zu wenig schaden dass jetzt sage ich die ultima führung wieder auf naja sehr gut danke oh ja denn der moment macht natürlich aber egal ich glaube ich glaube ich lauf die jetzt einfach um das wird mir die die umbrennen für mich alle für die ja da keine ultima was er jetzt kommen wissen das so eine scheiße neulinge der da kam es bestimmt für neulinge der ist recht für neulinge ausgemacht noch nie was mit dem ich bin hatten ob das merken die zu guten mädchen bis bis dahin da wie du ihn gemacht hast ob er versaut nein doch nicht wird schrieben oder so bei den dingen einmal ein relativ guten schaden muss ich ganz ehrlich sagen mit dem partner mann ist natürlich einfach gerade nur vier leute als könnte ich echt ein paar um die um diese ganze armee an kann man dann er geht voll auf ein scorpion das ist brutal leute ich bin nicht so ein boss kämpft kann ich echt nicht so ein boss ich kenne ich auch nicht so gut daran damit leider schon bemerkt ich bin auch nicht dass ich mich auch ein bisschen übertrieben muss ich bin ich ja mit einem schutz kann ich auch umbringen ich finde das ein bisschen übertrieben die grünen sind weg danke ja weil da war wieder sehr gut zwei immer gut zwei sind sehr gut einer ist gut ah danke jetzt habe ich jetzt hier ein neues dach zu erschaffen oder war dann wir geben das ist orientiert ja danke dass So, ich habe... Ok, ich habe eine Katte Divide. das was was oh mein gott was zum teufel mal alle was ist denn das die ganze spiel ist über so einfach und dann kommt das ding alter ich hoffe es war das ende ich schätze das ende sein was den griff ist der letzte ist echt als erzelt ohne oder das ist ein total letzte bei dem game muss man jemals sagen sagt es auf müssen vielleicht hat gott er hat seine freude haben ja es war auch nicht übertrieben jetzt kommen also tode 1 ich glaube es weiter bedeutet das heißt so wenn vier spieler hat wie viel tot sind sein der fischste rinz ihr könnt lernen land von dessen herrn ja es ist es ist es ist alles was man haben kann veraura nicht so gut mit der piste stelle das ist so brutal das ist so brutal ist das die beste du hast weil ich wusste wenn wir es hartem ankommen würden oder wir wussten immer gedacht der es härteren vielleicht als die normalen Gegner war ich habe mich jetzt ein bisschen fairer vorgestellt ja und dann eine granate mir direkt in die fresse ballern das natürlich geil aber die ganze zeit gewartet ich mach den gleich ein wie alt das problem ist bei dem kann ich ja jederzeit sterben das kann jederzeit mein ende bedeuten bei dem ich finde natürlich dann noch ganz viele gegner am ende haben wir ja im ersten mal gut durchgehalten als glück oder dadurch oder schauen wir hatten ja schon soweit alter noch ein bisschen noch ein bisschen wir müssen noch kratzen das ist die geschichte die 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 genau die 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 nicht nur um die anderen weil die scheiße sehr integriert in der tatsache mehr das spiel wird dann mal von der wissheit und sagen auch motto so hast du hast du alles gelernt was ist game von dir diesen verlangt abrollen der motto koppel der broskampel vor kennt man auch vielleicht gerade von anderen games so ein bisschen ja danke dass du mich triff verstehe ich sowieso nicht wieder hier kann weg nein natürlich nein nein ja ist auch bescheuert mal gemacht also entschießt der granaten mannig er das ja gut ja danke von hinten und dass ich nicht sehen konnte sehr freundlich ja lecker dt 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 ist aber geil der soundtrack so ok das normal machen müssen bitte all was ist passiert am kulte sind das ist doch jetzt was die leben noch es war so geplant ich hab ja nee fickt euch doch einfach leckt mich doch alle am arsch wie können die denn noch leben ok er hat auch alle löser ab 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 so gut wir lassen das war besser aus ja oder hauwe geben bitte weg hau die gremberg hau die gremberg hätte ich die ihren wechseln lassen sollen das war dumm war ja das meine ich okay das war jetzt ganz gut dass sie mal den stachel danke da aber das meine ich das ist aber auch jetzt auf maul dass die unkarte auf die schnauze ich meine danke haupt los ab von robotern ja danke jetzt macht das nicht oder hast du danke eigentlich die dinger die beiden dinger für dich aufbewahrt hallo war macht nicht warum nicht jetzt besiegen oder hallo was fängt ich mir was ich jetzt nicht verstecke oder warum weißt du nicht aber jetzt machst du bist du bist doch nicht okay nein dann trifft halt nicht warum gerade auf alles gut alter er kann nicht mehr kann das sein mein einziger trick besteht darin um zu eiern und nichts zu tun das macht er mal wieder was an drei jahren danke weil sie sind macht das wie ich denn jetzt hau ab hau doch ab du bist du nervst ich gerade eine sekunde gehabt dann ja nicht tot gehabt aber gehabt aber der moment natürlich kommen wo es gerade mehr und gar nicht ein paar stelle dank ich lieb mein glück beim ersten mal war ich so gut hätten wir geschafft hätte ich dann einfach ich will ja nur auf ihn konzentriert wenn ich halt die ganze zeit am ist ja gut wir haben immer gleich was das ist mit einem mist ding denn es wäre so gut aber gut ich hab's gelernt ja es ist halt ja danke für die jetzt genau dahin stellen muss danke 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 nein und einmal schlagen ah ja ist ja gut weil ich das blästig sporn auch neu meine ja gut egal ich hab jetzt mal ich weiß ich war da jetzt weg war es immer leichter schläge genommen überhaupt hier einen fortschritt zu erzählen ah ja ist ja gut man ist ja okay die aktiven noch er habe ich ein bisschen also jetzt geht er jetzt ist es okay wenn das so bleibt ja aber mal ich weiß ich weiß es kommt ein neuer aber oh Gott NEEIN du Misting ich hab's geschafft ah Fick dich aber gut ich glaube nach 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 Hitman ist mit mir eigentlich gewohnt jetzt mittlerweile ja kann mich Ruby nicht schocken ich bin schon so schießgesockt Leute hier kommst du auch noch mit Ruhe voran letztendlich jetzt hier sterbe muss ich wieder ruhig bleiben ey komm was denn du Misting alter weißt jetzt eben geschafft haben wir gar nicht geschafft hätte aber wir letzte folge da muss noch mal da muss noch auf die kacke gehauen ja I Got nothing left I can do Let's see this with a bag Lou is going to blow up the whole lab you've got to escape It's time to go Over that piss up Du hast es geschafft. Der Flugzeug sollte auf jeden Moment kommen. Ich werde dich sehen, als du landst du nach Beacon zurückkommst. tode 0 er hat es sich daran wenn das spiel nur vier spieler bis heißt wohl dass wenn einer stirbt dass die drei noch weitermachen wer es am ende schafft wow also ich muss erst mal sagen abstimmen okay ich muss erst mal sagen das game war gar nicht so schlecht klar es ist kein ein meisterwerk oder er findet nichts neu im heck im slay gebiet auch bessere spiele gerade wenn ich mir sowas wie god of war und auch heck im slay es gibt dies bessere klar aber es war trotzdem ein cooles game weil ich diesen diese charmante deswegen habe ich auch erwähnt diese god of war und so weil ich diese charmante dieses diese liebe die zuteil gemocht hat warum man jeden aufzug sagen muss es dafür viel zu einfach ist weiß ich auch nicht aber ich fand es cool noch in er in postkampf eben fand ich eigentlich ganz auch ganz nett war echt geil gemacht was im prügeln ja also bei der der märme gefragt ein tutorial fehlt ich habe mir ganz gerne eröffnet sich wenn es gewünscht eine endsequenz gab es ja nun auch wenn sie jetzt nicht gut die sein aber für eine öffnete sequence wo jeng reinfliegt und irgendwie sowas aber ich mag es also mir jetzt gefallen dr malow haben wir besiegt wer besiegt haben wir ihn nicht ich sag noch mal so viel ist geil das game ich weiß nicht wie die kompliziersteuerung ich hab das mit dem controller gezockt gleich zu anfangen aber ich muss sagen mir hat es gefallen also schlecht feindes game jetzt nicht ist hier auch kein highlight spiel wo ich jetzt sagt so war oder dort muss ich jetzt jeden tag zocken aber zum einmal durchzocken die story fand ich auch gar nicht so schlecht war ganz nett ne war die höhren zettel am ende ähm ich würde mir sehr wünschen dass ruster tief da weitermacht auf jeden fall man sieht potenzial hat damals im hindi game jetzt ausgebracht aber ich will jetzt wieder ein pc-spiel haben vielleicht an die serie dass man sich irgendwie mal eine staffel ein spiel umwandelt oder zwei staffeln oder ein spiel entwickelt die erste staffel in das spiel rein baut und das immer weiter ausbaut dass man sozusagen die ganze serie die es jetzt gibt nachher auch als spiel hat in einem game vielleicht ruby so die game series keine ahnung irgendwie sowas war ganz nett und damit würde ich sagen ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten lp wieder war ein kleiner lp ich wollte davon eigentlich auch eine lp machen eigentlich nur ein testvideo dazu aus ist jetzt ein lp geworden naja wie es so ist ne danke fürs zuschauen euer pirates und das war echt ein harter kampf bis dann haut rein euer pirates what nature wars i will restore i will hell what i are more Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mal, wäre es denn jetzt ein neues Game gewesen, oder was? Ne, hä? Wie, wie mache ich das denn? Ah, warte, 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 lass ich das hier nochmal ganz kurz gucken. Also wir können das hier nochmal ganz gerne vielleicht nochmal im Stream machen. Lass uns mal Ruby uns mal angucken, die Handgucken. Ah, die muss man sich dann kaufen. Ich verstehe, ich verstehe den Witz, der hinter. Äh, gut Leute, wir sind zum nächsten Mal, wir können jetzt mal überlegen, ob wir mal mit Ruby oder so... Vielleicht mal machen, wer weiß, wir sind zum nächsten Mal wieder, haut rein, tschüss, bis bald.